Jubiläum Jubiläum Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute schauen wir uns mal den Griefer Games Server an Ich hab da noch nie drauf gespielt aber wie ihr seht hat der 2000 Leute ungefähr online und da irgendwie jeder YouTuber da irgendwie drauf spielt dachte ich mir, ich schau mir das auch mal an und guck was da so cool dran ist Lass einen Like dir Dobi ist interessant Kann man uns nicht so wie er zu sein Sieht interessant aus Was ist denn das hier Ok Ja Keine Ahnung Schauen wir mal weiter Wow Der Griefer Games Rang Für nur 79 Euro 99 Kaufen sie in sich jetzt Das ist ein bisschen viel für den Rang Also der Server macht bestimmt ein bisschen viel Cash ne Da läuft das Geld rein Aber ich würde sagen wir schauen zwar diesen fast beliebtesten Spielmodus an City Build Oha 2300 Spiele Alleine auf City Build Das war mal jemand dem Server nach und das macht der Good Day Okay Das sind irgendwie so Portale Aha Interessant Achso das sind die einzelnen Lobbys Ah Dieser Server ist ja richtig oldschool Das letzte Mal mit so Portalen habe ich das in der Minecraft Pocket entwischen gesehen Du alter Hund Wir gehen in 5 wegen Remus 5 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 6 5 5 6 6 6 7 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 15 16 15 15 15 26 16 15 22 23 28 23 24 25 25 25 Ich würd sagen, den Boden können wir noch ausheben. Aber dann ist Schluss. Das ist schon wieder viel zu viel hier für die Folge. Es sei denn, es ist... Und wenn Senpai sich dann hochbaut und dir hochschaut, setzt er oben auf die Plattform schnell ein Boot drauf. Gangster MLG Shit. Senpai zieht dich ab. Gibt stundenlang auf in einer Nacht. Und wenn Senpai sich dann hochbaut und dir hochschaut, setzt er oben auf die Plattform schnell ein... Okay, wir haben jetzt sowas wie so einen Graben. Hier mach ich dann den Boden rein. Und dann haben wir ein cooles Gerüst für die Sache hier. Yay. Alter, Leute. Es ist voll lange her, dass ich das letzte Mal so einfach so gebaut habe. Keine Ahnung, es bockt sich irgendwie. Boot drauf. Gangster MLG G Anderson. Repeat. Gangster MLG G Anderson. Damit würd ich auch mal sagen, das soll es vom Video gewesen sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr mehr von diesen Griefer Games-Stuff sehen wollt. Keine Ahnung, irgendwie bockt sich das. Wie das mit dem Handeln und dem Grundstück oder so. Keine Ahnung. Keine Angst, Leute. Ich mach nicht diesen Scheiß mit Admin Evil und so. Und den Kack. Sondern wir bauen hier ganz entspannt. Und sonst darf Handeln ein bisschen. Und ja, das ist ganz entspannt. Hier findet ihr die anderen Videos. Über ein Abo würde ich mich freuen. Über eine gute Bewertung auch. Und dann würd ich euch auch sagen, haut rein. Mach's gut. Und... Tschüss. Tschüss.